Wo ist denn mein Bruder, sagen Sie mal? Der ist nicht da. Sie haben doch gesagt, der wäre unter permanenter Beobachtung. Das sieht für mich aber auch nicht so aus. Der hat sich abgekabelt. Der wäre jetzt sogar den Monitor ausgestellt. Ich habe schon geguckt. Was ist denn hier los? Ja, wo waren Sie denn? Herr Klausner, ab ins Bett jetzt. Pizza weg. Ja, aber ich hatte Hunger und habe mir nur schnell eine Pizza geholt. Nee, nur eine schnell Pizza. Sie waren vor fünf Stunden, haben Sie noch gejapst. Ich esse jeden Tag Pizza und da habe ich so einen Heißhunger drauf. Jeden Tag? Jeden Tag? Jeden Tag? Ist es eine Pizza? Ja. Seit wann das denn? Ach, seit so einem Jahr ungefähr. Für mich war es ein totaler Schock, wie Herr Klausner unsere Station und die Klinik so schnell verlassen konnte. Er hatte sogar noch unser Stationsleibchen an. Denn ein Patient kann sich nicht einfach so selber entlassen, beziehungsweise kurz eine Pizza holen gehen. Denn Herr Klausner litt wirklich mit einem schweren Herzproblem.